Der Preisalarm des Tages. Sie können noch nicht unseren Preisalarm des Tages, dann jetzt genau aufpassen, denn das ist ein nagelneues Produkt, was ganz neu erst bei uns im Sortiment ist und jetzt bieten wir es Ihnen schon zum Preisalarm des Tages an. Denken Sie aber daran, wir haben hier immer nur ein stark begrenztes Kontingent und ich würde sagen, so kann der Abend kommen, denn die Massage ist sofort garantiert, Anne, oder? Es ist unser Massagegerät, aber in klein, zum Mitnehmen, ultrakompakt und das wäre ein Preishammer. Anders kann man es nicht sagen. Die ganze Welt reißt sich darum und wir haben es heute hier im Preisalarm des Tages für 39,95 Euro, diese kleine Massagepistole. Schauen Sie mal, wie kompakt und vor allen Dingen kabellos, das heißt, Sie können es ab sofort überall genießen, passt in jede Handtasche. Schauen Sie mal, wie klein und kompakt und trotzdem sehr, sehr wirkungsvoll. Vier verschiedene Massageköpfe habe ich für Sie mit dabei, vier verschiedene Intensitätsstufen, die Sie hier einmal einstalten können. Schauen Sie, damit natürlich auch jeder auf seine Kosten kommt und das Ganze mit einer Akkulaufzeit von bis zu drei Stunden. Das heißt, Sie können sich drei Stunden am ganzen Körper verwöhnen, wo Sie das möchten. Oberschenkel, Bauch, Beine, Po, aber natürlich auch hier verspannte Arme, überall dort, wo Sie verspannt sind und vor allen Dingen auch egal, welches Wehwehchen, ob Sie im Schulternackenbereich verspannt sind. Da empfehle ich Ihnen den konischen Aufsatz oder natürlich auch, wenn Sie Wadenkrämpfe haben, dann diesen kugelförmigen Aufsatz von Diana. Es ist für jeden Anspruch genau das Richtige dabei und ich muss Ihnen sagen, seitdem ich diese Massagepistole nutze, habe ich auch endlich keine Wadenkrämpfe mehr. Ich lockere meine Waden jeden Abend so zehn Minuten damit und seitdem geht es mir einfach pudelwohl. Ja, und das können Sie ab sofort jetzt auch, nämlich zum ganz kleinen Preis von 39,95 Euro. Das ist unser exklusives Angebot hier für Sie. Nur eines müssen Sie sein, ganz, ganz schnell. Denn denken Sie dran, der Preisalarm des Tages ist immer stark begrenzt. Sie sparen heute auch noch mal richtig und das schauen wir uns mal gemeinsam an, nämlich bei Perl.de knapp 60 Euro regulär, auch schon ein sehr, sehr guter Preis. Wir kommen hier von einer unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers von knapp 130 Euro und Sie kriegen es jetzt für 39,95 Euro. Was ich sehr, sehr praktisch finde, die ist klein, die ist kompakt. Du kommst auch mal selbst schön auf die Schulterpartie in den unteren Bereich des Rückens ran. Also du kommst super kompakt an jede Stelle, wo du vielleicht mal so eine kleine Verzerrung hast. Ja, man kennt doch das Gefühl, dass man dieser Griff hier im Schulter-Nacken-Bereich, man ist verspannt, es tut weh, man hat da wie so kleine Knötchen, dann nehmen Sie einfach Ihre Massagepistole. Oder wenn Sie schwere, müde Beine haben, Wasseransammlungen in den Oberschenkeln, in den Waden, egal wo, einfach den dafür passenden Aufsatz aufwählen, fertig. Und gerade jetzt, wo wir viel sitzen, wo die Fitnessstudies noch geschlossen haben. Ja, Sie kennen das Problem vielleicht auch, dass Sie dann so schwere, müde Beine haben, die Krämpfe. Einfach hier einschalten und bis zu drei Stunden von dieser fantastischen Massage profitieren. Und vor allem, das gab es noch nie für 39,95 Euro. Also das ist wirklich ein Highlight. Schauen Sie, wie klein und kompakt, das ist wirklich hinter meiner Handfläche verschwindet das, hat aber trotzdem vier kraftvolle Intensitätsstufen. Das ist der Wahnsinn. Also für mich als Frau ist das optimal. Ich muss Ihnen wirklich sagen, auch gerade hier so der Arm, wenn man viel tragen muss, auch die Männer vielleicht, wenn man da so verspannt ist. Sehen Sie hier diese Schwingungen an meinem Arm, sehen Sie das? Das ist ganz, ganz kraftvoll, wie intensiv das ist. Diese Faszien werden hier aufgelockert. Natürlich auch die Muskeln, die Sehnen, Verspannungen können gelöst werden. Es ist einfach nur genial. Ja, und Christina aus Bad Kreuznach hat sie schon und sie schreibt, tolles, kompaktes Massagegerät, liegt gut in der Hand und durch die verschiedenen Aufsätze und Stufen super anwendbar. Hier sieht man auch noch mal, wie intensiv das in die Innenmuskulatur mit hineingeht. Es ist ein wahres Trendprodukt, sonst zahlen Sie aber deutlich mehr bei uns. Bekommen Sie es jetzt als Preisalarm des Tages für unter 40 Euro. Da müssen Sie aber schnell sein und zum Telefonhörer greifen. Rufen Sie gerne an, die NX 49 70 und die 569 ist hier die Bestellnummer für Sie. Schnell sein und dann geht die Entspannung einfach mal los. Auch ich darf mich jetzt von entspannen lassen. Eine schöne Partnerschaftsmassage zum Beispiel. Dann aber am besten gleich zweimal zugreifen und Sie sich natürlich sichern. Rufen Sie gerne an, 0180 51 51 und dreimal die zwei.